Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gostens' Daddy Dax heute am Dienstag, dem 25. Februar 2020. Ja, es rappelt weiterhin richtig an den internationalen Aktienmärkten. Das Coronavirus ist ja nun richtig eingeschlagen an den Märkten und eine längst überfällige Kurskorrektur wurde nach dem nun mehrmonatigen steilen Kursanstieg letztendlich eingeleitet. Also die Märkte erhalten letztendlich eine nicht nur überfällige, sondern auch wirklich mal gesunde Abkühlung. Deshalb auch mal hier positive Worte in Richtung einer Korrektur, denn das hat der Markt auch einfach einmal gebraucht. Gut, wir erinnern uns zurück. Ich betonte immer wieder, dieser Spielball 13,640, 12,660 war so diese 1000-Punkte-Spanne, um die es mir gegangen war. Immer wieder betonte ich auch Fehlausbruch, Vorsicht, Rückfall unter 13,640 kann wieder sehr, sehr schnell erfolgen. Und wenn eben dies der Fall sein sollte, sind drei Ziele aktiviert, nämlich 13,380. Das wurde sehr, sehr schnell erreicht mit einem Gap Down, denn das nächste Ziel wurde dadurch automatisch mit dem Unterschreiten aktiviert, nämlich 13,012,950 und eben ein weiteres Unterschreiten 12,660. Wir sehen mit dem heutigen Schlussstand eben schon 12,790 Punkte. Also man kommt hier jetzt schon wirklich im Eiltempo, muss man sagen, auf dieses Kursziel zugestürmt. Und ich bin dann gespannt, ob nicht hier auch jetzt eben in dieser Kursregion dann einmal ein wenig die Panik nachlässt und eben hier der Deutsche Aktienindex dann auch vielleicht für eine Gegenbewegung reif ist. Wir machen noch weiter mit einem weiteren DAX 30 Einzeltitel. Siemens auch natürlich jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen unter Druck geraten. Wir sehen Siemens heute schon mit einem Schlussstand unter der Marke von 100 Euro. Also auch hier sieht man, wie viel eben auch solche großen Werte natürlich verlieren können, wobei eine Siemens wohlgemerkt, muss man hier ganz klar betonen, schon zuvor auf dem Weg nach unten war und eben klare Schwäche signalisierte. Doch auch hier bin ich nun so langsam gespannt. Nun, da wir jetzt wirklich von 85 bis 120 angestiegen waren, jetzt schon wieder relativ gut konsolidiert sind, wann hier eine potenzielle Gegenbewegung einsetzt. Also wir werden sehen, wann hier eben der Markt reif ist wieder für eine Gegenbewegung. Natürlich sollte man die Nachrichtenlage rund um das Coronavirus gut im Auge behalten, denn das ist natürlich sehr, sehr entscheidend auch für die internationalen Aktienmärkte. Und morgen früh im Übrigen ein Update zu meiner Apple Short Trading Idee. Die entwickelt sich hervorragend und hier werde ich definitiv den Stopp nachziehen und gleichzeitig auch Ihnen eine Long Trading Idee vorstellen. Also schalten Sie auch definitiv morgen früh entsprechend in die US-Ausgabe hinein. Einen schönen Abend nun und bis morgen.